so was machen wir die haben uns gerade mit bazookas abgeschossen die fotzen ein herzlich willkommen zurück zuletzt battle minecraft ihr missgeboten heute kommt der kampf gegen domse und fix ja ich glaube ich weiß nicht ich glaube die haben uns hier schon gesehen wahrscheinlich ja er guckt uns an er hat uns gesehen gut die sind ja nicht dumm wo die wir brauchen was zu essen ohne ich habe nur noch sechs fleisch wir können nicht mit sechs fleisch kämpfen die sind schneller weg als die sind schneller weg als du gucken kannst man geht ich habe noch vier digger nein liegt ich halt hin und renn nicht alex ich kämpfe nicht mit weniger essen ich hole mir jetzt ich lass doch mal ein stück zurück rennen die haben zeit na gut vielleicht kommen sie dann auch ja wenn wir zurückgehen denken die was wir machen also wir brauchen diesmal fokus ok wer hat dich letztes mal getötet domse oder fix gut dann gehen wir gehen auf domse wir müssen gucken wen ich mit der bazooka treffe und auf den gehen wir ich streite an seinen namen hier warte ich hoffe dass das feld hier irgendwie noch was hat oder so haben die überhaupt felder da ist eine kiste drin irgendein dorf hat ein feld ja aber ich glaube nicht dass ich glaube das war das andere wo die lava war müssen halt ein bisschen aufpassen ja wenn die jetzt in unsere richtung kommen aber ja hier schon ein zombie brain ja so ich hab noch 25 zombie brains falls sie dir was bringt ja aber das ist halt dann auch wieder dann ist das erstens doppelt so schnell weg wenn du die ist weißt du ich hätte gern irgendwie noch ein paar zweinchen oder so die wissen natürlich auch jetzt nicht was wir vorhaben ich denke mal dominik wird jetzt ein bisschen paranoid werden paranoid glaubste kommst du meine richtung bitte nach süden ja ich hab dich schon gesehen ja oh wir dürfen uns nicht so weit aufteilen das könnte afthal enden afthal ja was ist afthal fatal nur halt cooler ich glaube hier wenn wir Richtung plattform gehen da waren letztes mal relativ viele tiere guck mal hier ein pferd ja letztes mal sterben äh pferde bringen nur leder oder glaube ja oder gar nichts du kennst du uns ne ja ich drehe mich auch immer mal wieder um da ist ein schwein da ist noch ein schwein zwei schweine haben wir schon mal ja wenn ich c drücke dann äh ändert sich meine perspektive hier sind schweine kommen in meine richtung hier ach so dass da oben bei dir auf dem baum ist ein schwein da vorne ist ein schaf warte hier ist das schwein ist auch tot das schwein da oben auch schon hier auf dem berg ist eins auf dem baum ist doch eins hast du da ich dachte da bei dem alter alter bist du anstrengend ich habe vier schweine koteletts das sind zwei für jeden ja gut noch mal dahin ich sehe nur pferde bis jetzt also hinter uns ist nichts alter ohne es wenn wir da reingegangen werden ohne essen und wir dann werden wir wie in der ersten staffel gestorben weißt du und das hätte auch nicht sein müssen hier hier ganz viel hier ist noch viel und jetzt habe ich nur noch zwei essen spiken nein ist nur das zombie brain die ganze zeit bitte nur das zombie brain essen bis wir da sind bis der kampf losgeht und dann fangen wir an das fleisch zu essen dafür ist das zu knapp gerade ich habe ein schwein übersehen ne ich bin nur dem anderen hinterher gestanden so ok gut ich werde jetzt hier den ofen hinpacken schweinefleisch erst und dann das die schafe währenddessen werde ich noch mal hier so ein bisschen um die ecke gehen hier guck mal hier ist auch noch ein schwein oh guck mal hier hinten hier sind noch schweine hier drüben kannst du mir vorher noch mal den zombie brain geben bitte die hälfte irgendwie und immer ein Auge auf die gegner halten dankeschön so ich wir werden jetzt beide hier in die richtung gehen und uns mal die sachen hier noch snacken da sind noch welche da rechts oder eins Taktiker die meisten werden jetzt eh denken ne macht das dann noch mal in den kuschelzeiten angst vor irgendwelchen daumen zu haben dein maul genau hater die hater bruder hater die hater hate them haters du hättest eigentlich fragen müssen wo seid ihr alter hier sind noch voll viele ich weiß du bist gerade gar nicht bei mir ja nimm das mit ich geh wieder Richtung ofen jo ich komm auch gleich ach die kuh lass ich jetzt mal leben ok ich bin nur die schweine ja jetzt brauchen wir uns zufrieden ja oder tot ich hab 12 stakes wenn ich weg er gibt uns 1 stack karotten das sehe ich nicht ein ne kommst du wieder zurück oder was ja warum alter sind da viele schweine ich sehe dich wie bitte du siehst mich ja gut er geht zum ofen ne ne ich kill hier auch noch die schweine alter hier sind richtig viele dinger also bei dir und hier auch noch ja man ja geh du mal zum ofen bring das schon mal damit der ofen nicht auch jetzt so brennen wird ja wenn die immer im laufdick stehen sterben sie halt ne das ist ja klar so hier das nehmen wir noch mit und das die da hinten die beiden nehme ich noch mit und dann sind wir auch durch dann esse ich nichts mehr so alter mein ohr ist am jucken alter glaub ich dann 35 das dürfte reichen oder ja man das ist mehr jetzt genug jetzt hab ich 8 perfekt was wollte ich jetzt noch machen ach hier zombiefleisch jawoll die folge schon wieder so zum drehen und wir sagen so ja wir wollen nicht so viel mit farben verschwenden alles klar ja aber ohne essen gehe ich nicht kämpfen komm wir wollen diesmal echt gewinnen und das kämpfen wir halt nicht wenn wir nicht gut genug vorbereiten kämpfen wir sind halt nicht gut wenn wir ich will halt nicht kämpfen wenn wir nicht gut vorbereitet sind weißt du ich glaube aber dass wir machen das schafsfleisch das lassen wir so wir gönnen uns jetzt nur das schweinefleisch ja gut okay ab geht die post es wird wieder nacht boy wohin gehst du hm wohin du gehst der noch da warum warum nicht weil wir da hin müssen ja der ofen steht doch noch hier mit dem ganzen fleisch ja ich dachte das ist in dem studio hey junge ich dachte du hast das im griff diga ja ich kann zwar spraten aber ich kann ich hab mich auf dich verlassen boy ja es wird berater warum gibt es essen oh 50 hecke so gut warte schön auf unsere mutter komm mit das mach schon ja du willst dich doch bewegen du fette stück der maul auf die scheiße so laut zu essen mach den mund zu beim kauen junge 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 alter du bist doch nicht mehr ganz dicht ich weiß ja nicht was dich wieder geritten hat aber da ist ein skelett pass auf hier fliegst du wieder da können wir nicht lang da fällst du direkt in lava wo ist eigentlich der spawner rino da in die richtung da schlägt es schreib du mal schreib du mal was denn we don't need your carrots na 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 ja allein schon die aussage versprochen keine falle ich hörs schon so mit dieser kack stimme und im hintergrund egal komm wir haben gerade noch mal genug zu tun ich seh den spawn ich seh den spawn ich geh da jetzt hin kommst du hinter mir her ich pack mal die zombiehörner raus ich hab 8 fleisch nur das war ja schon ja warte hier warte hier 1 2 3 4 5 6 so jetzt hast du irgendwie 14 und ich hab irgendwie ja ich hab 14 richtig na gut kommst du ja ich will nur noch schnell das zombie zwerg essen damit ich wenigstens ein bisschen voll bin das ist noch ein ender boy ah ihr missgeboten alter ja brudi ja 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 aber nix schlimmes ich hab ne enderperle ja schön gib sie mir ja gut dann nutze ich diesmal auch du fette stück ey komm jetzt zum spawnen die sind oben auf ihrer plattform nimm doch oh junge da oben dicker diese mobs ähm die wissen dass wir hier sind komm jetzt beweg den arsch am besten heute noch auch junge äh äh ne fresse du hässlicher untermensch du alter so ähm was machen wir die haben uns grad mit bazookas abgeschossen die fotzen alles klar das gibt Krieg komm digga richtig die fotzen komm rüber her ja jo komme ich hoffe die glauben uns das jetzt das wäre so richtig witzig die haben halt beide mit ner bazooka geschossen weißt du was hast du geschrieben ich hab's nicht gelesen ich meinte die äh die haben gefragt habt ihr die karotten und wie ich so äh ne die ist in die luft gegangen die Kiste kommst du kommst du komm ich bin noch hinter dir gut einen meter was ach ich hab jetzt kein ich hab jetzt keinen nerv das zu lesen mann digga du hässliche Pissspinne mann alter warum bist du schon wieder nicht hinter mir bin ich doch ach leck mich am arsch drei creeper hinter dem boy ich weiß jetzt geh hoch mann schön viel gunpowder da links ist noch einer hinter dem baum ja und digga das ist so ätzend hier abbi ja gut alter so oh so boy mhm die sehen und beobachten uns halt die ganze zeit was wir machen ne ja klar digga die mobs sind so nervig älter oh warte alter ist doch nicht normal es ist so nervig wir müssen einfach nur in bewegung bleiben wir dürfen nicht stehen bleiben einfach ja komm einfach mit ja das ding ist wenn wir zu weit zu viel laufen dann verlieren wir wieder zu viel essen was war da schießen ach die schießen ach fuck ja ist doch logisch dass die schießen oh der da ging ein schlag in den baum ne ja die haben auf mich geschossen wir haben halt keine sniper ne ich aber ich versuche die plattform jetzt in die luft zu sprengen warte ich renne hin soll ich hier warten oder mitkommen das war ein spaß wo bist du ich bin hier weiter weiter nördlich nördlich alles klar ich bin jetzt an so einem wasser sehr gut keine ahnung wo du bist aber wenn du zu unfähig bist mir zu folgen ich hab domse getroffen auf die distanz also ich hab auf jeden fall deinen schuss gehört muss ja hier irgendwo sein also die au er hat mich getroffen die carabiner ist ja da bist du doch man Junge das kann doch nicht so schwer sein mich zu verfolgen die carabiner ist sogar recht die carabiner ist recht äh zielgenau warte kommen die runter ne die sind in ihrer plattform komm mit nach vorne hier sind noch mehr bäume hier können wir uns hinter verstecken die ganz schön gewachsen ist ja folgenende ach scheiße gut dann ja Freunde schaut bei den anderen vorbei vergesst die Bewertung nicht nicht spoilern wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin oder rein tschüss schmerve die wieder Bis zum nächsten Mal.